Die Weltkrieg rast. Die Deutsch-Österreichisch-Ungarische Allianz und deren Gegner England, Frankreich und Russland haben sich in einem scheinbar endlosen Stellungskrieg, einem Grabenkrieg, festgefahren. Jeden Tag sterben Tausende von Soldaten, ohne dass sich die Fronten auch nur um das Geringste verschieben. Es hat den Anschein, als ob Europa nutzlos in einen gigantischen Friedhof verwandelt würde. Aber einige der Männer, die mit dazu beigetragen haben, diese festgefahrene Situation aufzulösen und damit den Albtraum zu beenden, fanden ihre letzte Ruhestätte weit entfernt von Flandern und den Schützengräben Nordfrankreichs. Hier an der Westküste Jütlands und tief auf dem Grunde der Nordsee. Der Schlüssel zu diesem bis dahin größten Krieg der Weltgeschichte liegt nämlich auf dem Meer bei der englischen Flotte, die man jahrhundertelang für unüberwindlich gehalten hatte. Um überhaupt Krieg auf dem europäischen Festland führen zu können, mussten die Engländer das Meer beherrschen. Doch in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg hatten die Deutschen in großer Eile ihre eigene Kriegsmarine aufgebaut, eine Hochseeflotte, deren Rückgrat aus riesigen, gepanzerten Stahlkolossen besteht, die sich mit den größten der Engländern messen können und von denen jeder Einzelne eine Feuerkraft besitzt, die eine mittelgroße Hafenstadt dem Erdboden gleich machen kann. Es ist der 30. Mai 1916. Die Besatzungen auf den englischen Schiffen bekommen am späten Nachmittag den Befehl, sich zum Lichten der Anker bereit zu machen. Warum, erfahren sie nicht. Für die Besatzungen auf beiden Seiten wird die Nacht zum 31. Mai sehr betriebsam und für viele von ihnen wird der folgende Tag ihr letzter sein. Im Gegensatz zu den Generalen an Land befinden sich die Admiralen der beiden Großflotten zusammen mit ihrer Besatzung an Bord der Schiffe, die nun in den Kampf müssen, Um den Verlauf der Schlacht deutlich zu machen, haben wir es vorgezogen, die Teilnehmer im selben Raum am Kartentisch zu einem Kriegsspiel zu versammeln. Einem Kriegsspiel, das der Wirklichkeit entspricht. Vier Befehlshaber werden die größte Seeschlacht der Weltgeschichte prägen. Admiral Reinhard Scheer, Oberbefehlshaber der deutschen Hochseeflotte. Admiral Franz von Hibber, Unterbefehlshaber und Chef der deutschen Schlachtkreuzer. Der Oberbefehlshaber der englischen Flotte, Admiral Sir John Jellicoe. Und dessen Unterbefehlshaber und Chef der Kreuzergeschwader, der schillernde, temperamentvolle Admiral Sir David Betty. Und schließlich noch ein Teilnehmer, der kleine Frachtdampfer N.J. Fjord aus dem neutralen Dänemark. Um 15.40 Uhr am 30. Mai sendet Admiral Scheer einen Funkspruch an alle deutschen Flottillenchefs in Wilhelmshaven. Der Text lautet, führen Sie die geheime Dienstanweisung 2490 am 31. Mai aus. Die Engländer hören den Funkspruch ab, wissen jedoch nicht genau, was er bedeutet, aber sie sind nun vorgewarnt, dass die deutsche Hochseeflotte eine größere Operation begonnen hat. Es ist nun 21 Uhr am 30. Mai 1916. Der Aufmarsch beginnt. Betty verlässt mit seinen Schlachtkreuzern Rothite. Wenige Stunden später läuft Jellicoe von Scapa Flow mit dem Gros der englischen Schlachtschiffe aus. Die Engländer kennen den Plan der Deutschen nicht, aber sie kennen deren Strategie, nämlich von Zeit zu Zeit mit der gesamten Hochseeflotte in See zu stechen, um kleinere englische Einheiten zu überraschen. Diesmal wollen die Engländer versuchen, mit ihrer gesamten Flotte die Deutschen zu überraschen. Wir sind jetzt unterwegs, schreibt ein englischer Seemann in sein Tagebuch, aber es wird wohl gehen wie so oft zuvor. Sicher kommen wir in ein paar Tagen zurück, ohne den Feind überhaupt gesehen zu haben und ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Aber nur wenige Stunden später, nachdem die Engländer die Anker gelichtet haben, verlässt die deutsche Hochseeflotte Wilhelmshaven. Zuerst die Schlachtkreuze, angeführt von Admiral von Hipper und einige Stunden später das Groß der Hochseestreitkräfte, die Schlachtschiffe, angeführt von Admiral Scheer. Im Morgengrauen sind beide Flotten in voller Stärke auf dem Meer, doch wissen sie noch nichts von der jeweiligen Position des anderen. Insgesamt 100.000 Mann an Bord von 250 Kriegsschiffen mit den schwersten Waffen der damaligen Zeit suchen sich gegenseitig unter dem bleichen Morgensonne der Nordsee. Scheer befiehlt, einen Zebelin aufsteigen zu lassen, um nach dem Feind Ausschau zu halten, aber die Windrichtung ist ungünstig und der Zebelin muss unverrichteter Dinge umkehren. Auf dem englischen Flaggschiff Iron Duke hat Admiral Jellicoe vom Geheimdienst in London eine verkehrte Meldung erhalten. Zu einem Zeitpunkt, als die Deutschen bereits seit gut zehn Stunden unterwegs sind, erfährt Jellicoe, sie hätten Wilhelmshaven noch gar nicht verlassen. Jellicoe glaubt daher, dass die Zeit auf seiner Seite ist. Er verabredet mit Betty, dass die Kreuzer eine Position an der jüdländischen Westküste ansteuern sollen. Um Brennstoff für eine eventuelle Schlacht zu sparen, will Jellicoe sich Zeit lassen, um sich mit den Schlachtschiffen den Kreuzergeschwadern anzuschließen. Im Laufe des Vormittags bewegt die deutsche Flotte sich nordwärts, entlang der jüdländischen Westküste, von Hibber mit den Schlachtkreuzern an der Spitze und Scheer 60 Seemeilen, etwa 110 Kilometer weiter südlich mit der Hauptflotte. Über einen langen Zeitraum gibt es keine Funkmeldungen. Um die Position nicht zu verraten, ist in beiden Flotten Funkstille befohlen. Gegen 14 Uhr drehen Betty und die englischen Kreuzer nach Norden, um Jellicoe und der Hauptflotte entgegenzufahren. Betty und von Hibber sind auf Parallelkurs an der Westküste Jüdlands, jedoch immer noch voreinander hinter dem Horizont verborgen. Beide ahnen nichts von der Anwesenheit des anderen. Um 14.30 Uhr sichtet das vorderste deutsche Schiff eine Rauchsäule im Westen. Admiral von Hibber beordert den Kreuzer Elbing und zwei Zerstörer, die Sache zu untersuchen. Elbing stoppt das unbekannte Schiff, das sich als ein Frachtdampfer aus dem neutralen Dänemark erweist, die NJ Fjord. Als die NJ Fjord die Maschinen stoppt, lässt sie eine große Dampfwolke ab. Diese Dampfwolke wird von den Engländern weiter im Westen gesichtet. Admiral Betty schickt den Kreuzer Galatea vor, um die Sache zu untersuchen. Bei der NJ Fjord treffen sich die deutschen und englischen Kreuzer und während die neutrale NJ Fjord schleunigst den Kriegsschauplatz verlässt, eröffnen die Kanonen das Feuer. Die grösste Seeschlacht der Weltgeschichte hat begonnen. Die grösste Seeschlacht der Weltkirche hat begonnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Am 1. Juni 1916, um 2 Uhr morgens, nur 12 Stunden nach der ersten Begegnung bei der NJ Fjord, draußen auf dem Meer vor Ringköbing, ist die größte Seeschlacht der Weltgeschichte vorbei. Die Engländer haben die größten Verluste erlitten, aber die deutsche Hochseeflotte, der Stolz des Kaisers, ist schwer angeschlagen. Noch heute streitet man darüber, wer der eigentliche Sieger dieser Schlacht war. Nur die Bilanz des Todes ist eindeutig. Im Verlauf von 12 Stunden haben die Engländer 6094 Mann und die Deutschen 2551 Mann verloren. Untertitelung des ZDF, 2020